Hallo zusammen, seid sehr herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knelingen. Schön, dass ihr dabei seid. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Satz der Jahreslosung für dieses Jahr 2024 treibt mich ganz schön um. Ich habe in den letzten beiden Ausgaben der Zuversichtgedanken ja schon mich damit rumgeplagt. Gott, klar geworden ist mir, diese Jahreslosung ist kein guter Vorsatz, auch wenn sie sich so anhört. Schon in den ersten Tagen hat es nicht geklappt. Diese Aufforderung, die macht wirklich nur Sinn, wenn ich in so einem Raum von Liebe lebe, wenn ich Liebe sozusagen einatme, wenn sie mich durchdringt. Gott selber lädt uns ein, in diesen Raum der Liebe zu kommen, in der Verbindung mit ihm, durch Jesus zu leben. Das war das Erste, was mir bei diesem Satz des Paulus so wichtig geworden ist. Und letztes Mal hatte ich euch da mit hineingenommen in diese Reise durch die Evangelien, um einfach mal zu sehen, wie hat Jesus denn Liebe gelebt. Und da waren es diese zwei Aspekte, die mir aufgefallen sind. Das eine, dass Jesus sich das, was er da gesehen und erlebt hat, hat zu Herzen gehen lassen. Dass er mitgefühlt hat. Und das Zweite war dann, dass er ins Handeln gekommen ist. Dass er was gemacht hat, um Not zu lindern oder zu wenden. Heute treibt mich um, wie denn das spürbar wird, dass Liebe drin ist. Ist Liebe drin? Die Formulierung kam aus einer Begebenheit, die ich bei Wilhelm Busch gelesen habe. Jetzt nicht dem von Max und Moritz, sondern dem Jugendpfarrer und späteren Evangelisten Wilhelm Busch. Der berichtet, dass er regelmäßig Besuche im Altenheim gemacht hat, dass ihm dort ein älterer Mann aufgefallen ist, der meist schweigsam, ein bisschen melancholisch und bitter da saß. Und eines Tages hat dieser Mann eine neue Wolljacke an und Wilhelm Busch spricht ihn an. Oh, sie hat aber eine schöne neue Jacke. Ja, sagt der Mann, meine Tochter hat mir ein Paket geschickt, da war die drin. Er sagt das nicht sehr fröhlich. Wilhelm Busch hakt nach und sagt, das ist jetzt aber doch schön von ihrer Tochter, dass sie das macht. Ja, sagt der alte Mann, meine Tochter sorgt schon gut für mich, aber... Da platzt Wilhelm Busch so hinein und sagt, das ist doch jetzt einfach nur mal gut. Was gibt es denn da für ein Aber? Und der alte Mann, der will erst nicht reden, aber Wilhelm Busch lässt nicht locker und sagt, jetzt sagen Sie mal, was haben Sie denn an diesem Paket Ihrer Tochter auszusetzen? Und da sagt dieser Mann, ziemlich bitter und traurig, es war keine Liebe drin. Wilhelm Busch sagt, so im Nachhinein, auf einmal verstand ich den Alten. Ja, ich verstand noch mehr, sagt er, ich verstand, warum viele so bitter sind. Gewiss, sie haben eine Wohnung, sie haben Essen, sie haben Kleidung, sie sind versorgt, aber es ist keine Liebe drin. Und seine Schlussfolgerung dann, du Gotteskind, die Welt braucht dich, sie braucht nicht deine frommen Redensarten, deine sittlichen Entrüstungen. Du Christ, die Welt von heute braucht von dir Jesus Liebe. Ist Liebe drin? Wie oft frage ich mich bei dem, was ich sage oder tue, ist Liebe drin? Und ich merke, wie schwer es mir fällt, konkret das zu sagen, woran man das merkt. Aber man merkt es, man spürt es, so wie es dieser alte Mann ja auch gespürt hat. Und wenn Liebe drin ist, dann ist eben alles nochmal anders. Dann ist eine Wärme da. Echte, spürbare Zugewandtheit. Ist Liebe drin? Weil ich so schwer beschreiben kann, woran man das merkt, bin ich den umgekehrten Weg gegangen. Ich habe mal überlegt, was ist denn, wenn keine Liebe drin ist? Und da bin ich auf Sätze gestoßen, die in einer kleinen Dorfkirche am Lungernsee in der Schweiz sich finden. Den Hinweis verdanke ich meinem Kollegen Jürgen Barth, der auf seiner Jakobsweg-Wanderung dort vorbeigekommen ist. Was ist, wenn keine Liebe drin ist? Dort in der Kirche steht, Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Wahrheit ohne Liebe macht eitel. Erfolg ohne Liebe macht einsam. Überlegenheit ohne Liebe macht ironisch. Und dann steht dort unten drunter, Leben ohne Liebe ist sinnlos. Und mir wird wieder bewusst, ohne Liebe ist alles nichts. All die guten, positiven Werte wie Pflicht, Verantwortung, Gerechtigkeit, Klugheit, Freundlichkeit, Ordnung, Besitz, ja sogar Glaube und Wahrheit verlieren ohne Liebe ihren tiefen Sinn. Erst mit der Liebe entfalten sie eine gute Wirkung. Wenn Liebe drin ist, dann ist Pflicht nicht lästig, sondern Macht verlässlich. Dann geht es bei Verantwortung und Klugheit, bei Besitz und Wahrheit, eigentlich bei allem darum, dass nicht ich mich immer in den Mittelpunkt stehe und gut rauskomme und darauf, dass ich darauf achte, dass ich gut wegkomme, sondern es geht darum, dem anderen zu dienen, ihm gut zu tun. Und jetzt bin ich wieder bei dem, was der Apostel Paulus in seinem großen Kapitel über die Liebe sagt, in 1. Korinther 13. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Wenn Liebe drin ist, dann bleibe ich zugewandt und freundlich, geduldig und wertschätzend. Auch wenn vom Gegenüber nichts zurückkommt. Dann werde ich nicht bitter. Dann blustere ich mich nicht auf und will nicht immer im Mittelpunkt stehen. Dann freue ich mich nicht, wenn jemand etwas Böses passiert, auch nicht dem, der mir vielleicht Böses angetan hat. Und dann merke ich wieder, aus mir heraus kriege ich das nicht hin. Aber ich darf Kind Gottes sein. Des Gottes, der die Liebe ist, der mir Liebe schenkt. Leider klappt es nicht automatisch, dass ich diese Liebe erlebe und vor allem, dass ich sie dann auch weitergebe. Deshalb brauche ich die Verbindung zu ihm. Brauche ich sein Wort, das er gegeben hat, um mir seine Liebe zu sagen und zu zeigen. Ich brauche die Gemeinschaft in der Gemeinde, die Gott doch deshalb erfunden hat, damit ich ganz praktisch Liebe erleben kann. Und damit ich diese Liebe weitergebe, brauche ich immer wieder die Aufforderung des Paulus, die mich sensibel macht, dass ich mich erinnern lasse, in alles Liebe reinzugeben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie kann das gelingen? Hans-Dieter Hüsch, der Kabarettist, hat es einmal so formuliert. Und ich fände es so nett. Er sagt, wie steht es mit der Welt? Wie steht es mit den Menschen? Wie ist das? Kann man sie lieben? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Ich denke. Ich glaube, wir sollten es üben. Ich werde viel zu üben haben in diesem Jahr. Aber ich will es. Ich will, dass Liebe drin ist in dem, was ich lebe. Und bei Üben hilft mir ein Hinweis von Mutter Teresa. Warte nicht auf große Dinge. Tue einfach kleine Dinge mit großer Liebe. Nein, ich bin noch längst nicht fertig mit der Jahreslosung. Vieles geht mir noch durch den Kopf. So vieles beschäftigt mich. Zum Beispiel, dass ich dann, wenn ich selber entspannt bin, das viel besser hinkriege, mit Liebe reingeben, als wenn ich unter Druck bin, wenn ich Schmerzen habe. Was mich dann wieder dazu bringt, es wie Jesus zu machen, die Ruhe in Gott zu suchen, immer wieder in seiner Nähe aufzutanken. Jetzt waren es schon die dritten Zuversichtgedanken in diesem Jahr zum Thema der Jahreslosung. Und einen Vorsatz, den ich hatte, habe ich schon zum dritten Mal nicht umgesetzt. Nämlich meine Zuversichtgedanken wieder kürzer zu machen. Wirklich nur sieben Minuten. Hoffen wir, dass es beim nächsten Mal besser gelingt. Bleibt behütet und im Frieden Gottes. Bis zu neuen Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber